Hallo und herzlich willkommen zurück bei Titan Quest Ragnarok. Ja, ich hoffe ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Ich musste ein bisschen ausruhen. Ich war voll stresst. Das war nicht wegen dem Let's Playen und Livestream, sondern einfach weil mir gesundheitlich nicht so gut ging. Aber jetzt geht es mir wieder gut, weil ich muss mich immer ein bisschen schonen. Ich sollte mich nicht noch mehr strapazieren, wenn es mir nicht so gut geht. Deshalb kamen da vier Tage halt keine Videos. Aber bei mir kommen immer wieder Videos. Also ich weiß nicht, wie so manche Leute, die abonnieren, wenn sie merken, ja, der hat am Tag einen Videos gebracht, der ist ein schlechter YouTuber. Aber ja, ich bin immer noch froh, dass ich wirklich noch Let's Playen kann. Es kann nämlich sein, dass ich irgendwann mal, ja, nur noch Sport machen kann. Also in dem Sinne, dass es einfach für mich viel besser ist, Sport zu machen als keinen Sport zu machen. Und dadurch auch die Sachen, die äh gemächtlich sind, wo man nur sitzen muss oder wo man nur stehen muss, nicht mehr so machen kann, weil eben ich halt einfach eine Krankheit habe, dass so ein bisschen, ja, alles, ja, besonders macht. Also sagen wir schon mal, ich bin eigentlich rund um die Uhr am Trainieren, damit ich körperlich fit bin fürs Let's Playen und Livestream. Und ja, das macht natürlich, das verbraucht natürlich sehr viel Kraft und alles. So, wir sind in Akt 5 angekommen und, ja, müssen hier am Strand nach einem Vermissten suchen und eine Hexe suchen. Okay. Die Krabben sind kein Problem. Ja, physisch sind die Pads natürlich auch besser geschützt noch. Ich wollte noch kurz das Geheimlevel anschauen, also, ja, so weit man kommt. Ich glaube nur ganz am Anfang kommt man schon weit, also, kommt man schon nicht weit, meine ich. Das ist ein versperrtes Tor, irgendwie so etwas. Aber wenn man dann die Items hat, die eigentlich jetzt in diesem Akt droppen können, dann hat man eigentlich das schon, kann man das betreten. Ja, hier haben wir auch noch ein bisschen vergessen. Aber ich suche es jetzt gerade. Hm. Ich glaube, ich nehme mal die Stachelpanzer alle auf. Ist es hier? Ne, ist es nicht hier. Es muss weiter drüben sein, also. Hm. Ich hatte das in Erinnerung, dass es gleich um die Ecke war. Aber ich habe mich auch in Erinnerung, dass ich es immer wieder nicht gefunden habe. Weil es einfach ein bisschen weiter weg ist und ich natürlich am Anfang schaue. Also, gehen wir mal weiter. hier. Hier soll irgendwo die große Krabbe sein. Oder, glaube ich, in einer Höhle. Und die Höhle habe ich schon gesehen. Wir müssen das Signal entzünden, um den Handelsschiffen mitzuteilen, dass der Hafen wieder sicher ist. Jedes Mal... Also, ein Feuer, ein Leuchtfeuer entzünden für die Schiffe. Also, ein Leuchtturm. Oder einfach ein Feuer auf einem Berg oder so. Okay. Ja, Path of Exile ist momentan echt schwer geworden. Ich bin jetzt T8-Maps und komme einfach nicht zu den Shaper-Maps. Das ist so extrem. Das ist das schon entspannt. Das ist das Spiel richtig schön entspannt. Meine Kollegen, also die ich bei Paoi habe, in der Gilde, die wollen natürlich immer, dass ich dabei bin. Und da tue ich mich manchmal schon ein bisschen leid meinem Körper. Also meiner Seele vor allem. Das ist das Spiel, das es gibt. Das macht euch sowas von... Ja, als würdet ihr die schwerste Arbeit deines Lebens arbeiten. Und ihr könnt es einfach nicht dran gewöhnen. Ihr seid immer irgendwie gefangen. So ungefähr ist es. Also extrem. Aber es macht natürlich extrem viel Spaß. Schade, dass hier wieder Geister da sind. Das geht natürlich wieder ein bisschen länger. Aber gut, dass die auch wieder hier sind. Die armen Geister sind so wenig. So. Ja, macht mal Schaden. Genau. So. Entzünden, bitte. Hä? Muss ich noch etwas machen? Ja, angreifen kann ich auch nichts. Hm. Jetzt hätte ich doch lesen sollen. Aber... Okay, ein Kind. Ah, das ist ja in der Hexe. Okay. Und die Krabbe. Und das Spreissrouten... Ja, das ist das, was wir brauchen. Ja, also... Wahrscheinlich muss man zurück nach Rhodos. Okay, gehen wir mal. Ah, der Olymp hat jetzt links eins. Ich habe schon gewundert, wo das ist. In Akt 3. Aber es ist in Akt 4. Okay. Jene, die unsere Künste meistern können, müssen furchtlos sein. Ah ja, ich habe doch ein Amulett. Das habe ich fast vergessen. Ein besseres Amulett gekauft. So. Gut. Ähm... Finde die Kraft in dir. Ja, müssen wir suchen. Wo haben wir den Auftraggeber? Das heißt nur in Rhodos, aber... Vielleicht ist es gar nicht hier. Aber ich muss das Leuchtfeuer entzünden. Was ist denn los? Vielleicht muss ich die Untoten einfach besiegen, damit die hochkommen? Wahrscheinlich schon. Das ist jetzt ein bisschen verwehrend gemacht, aber gut. Hm. Hm. So. Komm, komm. Also wieder zurück. Wenn ihr ein Leuchtfeuer, dann zünde ich doch ein Leuchtfeuer an. Also bitte. So, da unten waren sie. Irgendwo. Irgendwo. Oder weit oben. Hä? Sind sie weg? Wo sind sie nur hier? Ich glaube, die wurden ermordet. Oh nein, dort sind sie. Ha! Ich dachte schon, weil... Ich habe doch nicht so lange gerannt. Und... So, und jetzt? Ah, wir haben den Fackelanzünder. Wir dürfen das nicht alleine machen, deshalb... Ja, das ist eine schwere Aufgabe für das Gehirn. Hä? Nein, es ist eine echte Aufgabe. Aber natürlich weiß man nicht sofort, wie man das machen muss. Auf einen Fackel-Tag kommt man niemals. Hä? Nein, sind wieder Untote hier. Weil ich wahrscheinlich in der Stadt war. So. Gut. Komm. Ja. Schön. Du musst jetzt nichts mehr... So hat er... einen rosa... äh, einen Arm. Okay. Ja, genau. Hallo. Pets. Ihr solltet bei mir sein. Bei mir angreifen. Da bin ich angegriffen. Das geht nicht. So. Wunderbar. Ach, schön. Der andere. Sehr gut. Wir haben ihn gerettet. Und jetzt? Jetzt kommen noch mehr. Hm. Ne. Echt komische Quest. Vor allem da die Pets natürlich so dumm sind. Dass sie nicht zu mir kommen, wenn ich doch angreife. Und sie macht überhaupt nichts. Gut. Ja, vielleicht gibt es mal eine Quest, die wir nicht schaffen als Beschwerer, weil die Pets zu dumm sind. Ach gut. Vielleicht einfach später dann noch machen. Weil jetzt bin ich wahrscheinlich schon unterlevelt. So. Dann gehen wir wieder zurück. Mit dem Grafikfehler M. Das Signal leuchtet jetzt für alle gut sichtbar. Jetzt werden wir wieder zu einem Zentrum des Handels. Sehr gut. Äh, Kristalltrainer hatten wir schon. Ja, ich brauche jetzt unbedingt noch andere, ähm, ja, Integrenzen, also diese Relikte. Äh, die können aber wirklich noch nicht droppen, habe ich so das Gefühl. Weiß jetzt gar nicht welches. Müssten wir da nochmal schauen. Aber eins mit Pets, also, ja, wo den Pets zugutekommt und nicht irgendwie am Griff, oder... Weiß auch nicht was. Etwas mit Natur wäre natürlich cool, oder... Ja, mit Natur. Wir bringen den Wölfen auch, damit sie mehr aushalten. Und so weiter. So. Die komischen, äh, Anura. Gewöhnungsbedürftig, also... Sie sehen einfach lustig aus. Hm. Okay, aber hier haben wir nirgends diesen Eingang zum Geheimlevel. Damit ich das dann habe, damit wir nicht alles nochmal machen müssen hier. Schätzungsweise hier oben erst. Und so kann es in die Stadt gewesen sein, also... Das ist aber schwer zu erkennen. Ne, ich glaube es kommt erst jetzt. Weil hier geht ein Weg nach Norden. Und da müsste es sein. In die Höhle müssen wir noch. Und... Ah, hier ist es gut. Okay, merken. Es ist kurz, wenn man nach Norden geht. So. Die Top. So, jetzt kommt wahrscheinlich die Krabbe dann, wenn man wieder rauskommt. Und... Ja, die könnte schon ein bisschen schwer sein. Muss ich auf... Ja, muss ich einfach bereit sein. Nicht mit Stab angreifen. Das kitzelt. So. Hm? Was ist ein Tacker? Ah. Ein Schild! Mit... Tiki Taka. Ein Totem. So. Ah. Ich wusste, man muss jemanden retten. Der dort ist. Und dann der da ist. Da ist er. Hm. Hm. Ja, dann gehen wir mal runter. Hier geht sie nach oben. Ich bin mal gespannt, wie die Krabbe so ist. Soll sie viel Damage machen an dem Platz? Da ist sie! Ah. Die ist versteckt. Ah, die kommt dort. Okay. Soll ich vielleicht ein bisschen in die Nähe gehen. Ja, okay. Wir haben gut. Radius. Was war denn das? Bitte! Ah, je, je. Das war ja nichts. Also sind meine Pets so stark gegen so Krabben? Kann schon sein. Hm. Was ist Beissschaden? Ist das eher Stich oder ist das eher... Äh... Schneiden ist es eigentlich nicht so. Das ganze Dorf wird sich jetzt zu deinem... Ja, dann ist es wahrscheinlich auch Zermalmelschaden. So, ähm... Ja, dann können wir noch kurz... In die Stadt gehen. Ähm... Ich glaube, das bringt aber nichts. Aber mal schauen, ob ich da auch noch irgendwas bekomme. Ist meistens nicht so. Aber damit wir das gemacht haben... Ja... Und das ist es mit dem anderen. Mit der Hexe. Ja, ist nichts, hä. Ja. Bald wieder ein Level. 35, okay. Es geht jetzt nicht mehr so schnell, natürlich. So. Jetzt wird's, glaube ich, doch ein bisschen schwer. Mit den verschiedenen Giftschaden. Und so weiter. Auch schön, dass hier wieder diese, ähm... Schattenfürste gibt es im Zweitenakt. Weil die waren sehr angenehm aus, dass sie sich teleportieren können. Die Staaten macht auch sehr viel Schaden. Und man merkt, dass die Pads wieder einen Schadensbonus durch das Amulett haben. Jetzt wird's wirklich sehr viel entspannter. Aha. Wahrscheinlich von der Krabbe noch gewesen. Einen Wolf habe ich schon... Der Arm. Oder hatte ich den bei der Krabbe schon nicht mehr. Hm. Ja, mir ist nicht aufgefallen, wo er gestorben ist. Ja, mein Bödschen ist ja auch nicht groß, also... Dankeschön. Ja, die machen Schaden. Kann schön sein. Dass da, ähm... Der Wolf auch gestorben ist. Oh. Interessanter Angriff. Ist das für was die Kugel? Hm. Ich kenn den Angriff gar nicht. Ist ein Pet... äh... Monsterangriff. So. Hier haben wir alles. Oh, jetzt wollte ich... Einen Haidrank trinken, ey. Okay. Ja, die Eingewöhnungsphase wieder. Hm. Echt nett mit den Lianen. Alles so richtig tropisch hier. Wir sind immer noch auf Rhodos. Hm. Hilf uns. Bitte hilf uns. Mein Feldwebel hat mich zurückgeschickt, um Verstärkung für unseren Posten zu holen. Ausser dir kann ich niemanden finden. Gehe weiter und halte dich links. Dann wirst du schon bald die Kampfer... Der hat die gleiche Stimme wie in Dungeon Series 2. Äh, ganz am Anfang bei den... äh... Kriaten, hm. Ja, schon gelöst. Meinst du, wir hätten schon gewonnen? Denk nochmal drüber nach. Sie kommen nach... Sie kommen nach... Sie kommen auch bekannt vor. Immer aus der gleichen Richtung. Ja, das ist jetzt klar. Es ist ein Addon. Jetzt haben sie sicher mehr Geld gehabt. Und haben dadurch mehr Sprecher... Also bessere Sprecher vor allem. Oder neue Sprecher eher so gut. Beste sind sie natürlich nicht. Sie sind nur ein bisschen bekannter. Das finde ich toll. Dass man dem Addon mehr Mühe gibt bei dem Sprecher. Du musst ja auch immer wieder Geld verdienen zuerst, oder? So... Weil scheinbar ist das Addon Immortal Throne eigentlich... Ja... Ein sehr guter Addon gewesen. Ragnarök hat... Ja... Es hat einfach viel zu spät erschienen. Aber ist trotzdem auch gut. Denk ich mal. Einfach nicht so balanced. Also man kommt... Ja... Soll man sagen... Eher wahrscheinlich ein bisschen overpowered dorthin. Aber wenn man direkt dorthin geht... Als Altwürdiger... Hält... Dann hat man Probleme. Also es ist... Auf beiden Seiten eigentlich schlecht gemacht. Aber gut. Es ist ein neues Entwicklerstudio. Ähm... Die von Magica 2. Mir hat der Magica nie so richtig gefallen. Es war irgendwie so ein... Ja... Er ist ein Testspiel. Und... Kann also darüber nicht so viel sagen. Ja... Außer dass es eben... Ein bisschen zu Arcade-elastig war. Und so weiter. Antioch. Cool. Ach bitte. Also die hauen rein. Da sind unsere Pads ein bisschen... Ja... Schwach dagegen. Was sind denn das für Säure? Okay... Okay... Zwei Kopf-Dinosäure. Zwei Kopf-Dinosäure. Danke. Genau das brauche ich jetzt wieder. Dodd-Scharten. Wieso haben sie Dodd-Scharten so extrem stark gemacht? Oh je. Wow. Die hauen rein. Was ist denn mit denen los? Hier haben wir eine Höhle. Na komm, gehen wir mal rein. Hm. Okay. Nachtwandel haben wir. Und ein Level Up. Sehr schön. Okay. Okay. Ein Wolf ist tot. Der andere Wolf leider auch bald. Okay. Hat sich wieder bisschen regeneriert. Hm. Interessante Höhle. Hat recht. Also ein Schrein. Bisschen Grün. Und ein See. Interessant. Ein kleiner... Ja. Eine Quelle scheinbar. Eine Quelle scheinbar. Ja. So. werden. Oha. Schaden. Schaden. Dammit. Da. Oha. 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 noch weiter runter. Oha. Rüber. Okay. Kommt mal hier hin, bitte. Oha. 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 Wie viel Schaden die mit einem Angriff machen. Ich hab grad ein bisschen zugeschaut dem Lebensbalken. Lebensbalken. Und die haben wirklich ein Viertel Schaden gemacht. Oha. Auf ihn. Immer auf die Magie. Okay. Eine große Höhle. Oder geht's hinein? Hier geht's nicht weiter. weiter. Sooo. Sehr gut gemacht. Und hier geht's wieder raus. Ist okay. Hm. Könnte wirklich hier weiter gehen. Aber die haben keine Fackeln platziert. Gell? Na komisch. Ja, ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wir schon so weit sind. Dass wir halt einfach manchmal, ja, extremst aufpassen müssen. Okay. Muss ich denn da sein? So wie der Kampf. Lustiger. Gut. Immerhin schnell down. Weil er sah wie ein Tank aus. Massiver Schützer. Ist das wahrscheinlich vom Lager jetzt gewesen? Okay. Gut, dass wir das gemacht haben. Ja. Was haben wir denn hier? Gesamtschaden. Und Verteidigungsqualität. Es wird wahrscheinlich kein Geschoss auszweichen. Okay. Mhm. So, dann müssen wir wieder zurück. Also geht's hier nur nach oben, nicht nach... Ja, raus. Hm. Okay. Ein kleiner Stopper. Nachladerruckler sozusagen. Nachladerruckler sozusagen. Ja, dann gehen wir kurz zurück ins Lager. Ja, es ist leider auch schon Zeit für, äh, ja, einen Unterbruch. Hm, da haben wir noch nicht alles entdeckt. Hm, da haben wir noch nicht alles entdeckt. So. Die Monster verziehen sich. Und selbst ihre Anführer ducken sich vor dir. Ja, baby. Nun, da wir nicht mehr dauernd angegriffen werden, können wir Mauern bauen. Und in diesem Abschnitt des Waldes Patrouille gehen. Ja, das wäre immer gut, irgendwas Gröberes hier hin zu tun. Nicht nur im Gartenzaun. Weil, ja, Schutz gibt es wahrscheinlich nicht bei den Köhlen, die sie hatten und so. Hat sie hier irgendwo einen Brunnen, bitte? Hm. Okay. Ein bisschen weiter oben noch. So. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Sumpf. Bin mal gespannt im nächsten Part. Ich geh in die Gegend jetzt nicht mehr so. Ja, gut. Schon fast am besten vom vierten Akt, also ich war nur kurz durchgerusht. Damals in Normal-Time-Quest war, also, ja, nicht Anniversary Edition, war es noch viel leichter hier durchzugehen, scheinbar. Oder einfach der Pat-Mage hat halt ein bisschen Probleme. Aber scheinbar wurden in der Unversary Edition recht viele Monster einfach überarbeitet oder neue hinzugefügt. Und die könnten ja auch schwer sein. So. So. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Scheinbar nichts. Reben-Gewäss. Ja, die haben schon den ersten Akt bekommen, muss ich ja sehen. Jo, und jetzt? Aha, jetzt ist die Hexe hier, okay. Meine Herrin, Medea, befindet sich dahinter. Medea ist ein bekannter Name. Also, leveln wir im nächsten Part. Und... Ja. Gehen dann zur Hexe, hä? Dankeschön fürs Schauen. Viel Spaß noch mit anderen Videos oder was ihr gerade macht. Und, ja. Schönes, frohes Neues für die, die, ja, nicht so Lust haben, jetzt gerade einen Zuschuss schauen oder so. Aber... Es wird ja wieder viel besser, weil, eben, es gibt halt immer wieder Unterbrüche bei mir und, ähm... Aber es ist nie, weil ich nicht will, sondern, eben, weil es mir halt nicht so gut geht. Aber, ja. Ich hoffe, ähm... Ihr habt Spaß bei mir, hä? Tschüss!